Seid gegrüsst Gaming Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind hier im Heiligtum der Athena Proneia oder wie man immer das anspricht und es gibt hier ein Ostrakon Rätsel zu finden. Das Ostrakon Rätsel findet ihr hier in diesem Schrein oder wie ihr mir das nennen möchtet. Ich habe hier mal alles aufgeräumt. Ich habe die Bewachung und den Befehl darüber ausgeschaltet, die zwei Schätze geplündert und jetzt geht es noch um das Ostrakon Rätsel. Und zwar ein bestimmter General. Die Lösung hierzu finden wir hier in dieser Gegend hier. Und zwar sollte das irgendwie unter irgendwelchen Blättern versteckt sein, aber das sehen wir dann gleich. Ich habe hier in diesem Schrein. Ich glaube, da war ich schon mal. Ach, lass gut sein. Ich wollte sehen, ob ich noch irgendwie eine Waffe bekomme, aber das spielt auch keine Rolle. Okay, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte es hier sein. Okay, so das war es für einen bestimmten General. Bis zum nächsten Mal.